Die Pause hält offensichtlich noch ein bisschen an. Das ist ja durchaus erwartbar gewesen, der Dow Jones. Wir sehen, das Ganze ist ein wenig bemüht, hier die Contenance zu halten, zumindest mal keinen Druck nach unten aufzubauen. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart oder ein bisschen zusammengestaucht im 5-Minuten-Chart. Wir sind abwärts unterwegs, gar keine Frage, aber der Druck fehlt. Das sehen wir an den vielen Kursüberschneidungen, die wir hier haben in der Gegenbewegung. Das ist für mich immer wieder so eine Indikation dafür, dass der Druck eben auf der Abwärtsseite nicht so richtig aufkommen will. Na, das wollen wir doch mal hoffen, zumindest mal aus bullischer Sicht. Aber abwärts durchaus nicht untypisch. Ich hatte das ja in dem übergeordneten Beitrag nochmal gebracht. Also irgendwie was dieser Art, das sollte uns nicht so sehr verwundern und wäre im Prinzip etwas Vergleichbares zu dieser Bewegung. Hier eine Seitwärtskorrektur, hier oben eine scharfe, hier unten da eine scharfe Korrektur. Die wechseln sich sowieso gerne ab und anschließend darf es ja dann auch weiter nach oben gehen. Klar, wir haben auch eine ganze Reihe Themen auf dem Plan. Wir haben die ganzen Unternehmensdaten aktuell. Natürlich, die Earnings-Season ist voll im Gange, auch gerade mit den Schwergewichten am Markt. Das sollten wir nicht vergessen. Und heute Abend um 20 Uhr die FED-Offenmarktsitzungsentscheidung. Nicht so sehr über die Zinsen als über das Wording. Wie soll es denn da weitergehen? Das, denke ich mal, wird den einen oder anderen jetzt auch noch motivieren. Noch nicht sich so richtig aus dem Fenster zu lehnen heute Nachmittag, sondern das abzuwarten. Und dann vielleicht in der zweiten Tageshälfte Amerikas, also bei uns in den Abendstunden, dann entsprechend nochmal loszulegen. Also von der Seite aus der Druck im Moment noch nicht so wirklich doll da, den Markt in eine Richtung zu treiben. Wir sehen, dass der S&P deutlich besser dasteht. Wir werden auch gleich sehen, woran das liegen könnte. Das ist ja der breite Markt, mehr oder weniger. Der kommt nicht so sehr runter. Also er hält sich aktuell noch allerdings auch ein wenig lieblos nach oben mit vielen Kursüberschneidungen, nach unten mit vielen Kursüberschneidungen. Das ist im Prinzip die gleiche Schiebewurst, nur ohne Richtungsentscheidung bis jetzt. Und dementsprechend, ja, die Warteposition noch. Warum das eventuell der Fall sein könnte, das könnte an dem nicht ganz so schlechten Bild beim Nasdaq eben daran liegen. Denn dort sind wir zwar auch ein bisschen nach unten gekommen, jetzt ganz jung, allerdings hier im 5-Minuten-Chart sehen wir wieder den Anstieg nach oben. Da hatten wir bislang eigentlich eine ganz gute Abwärtsbewegung, aber wenn wir hier mal so im 4-Stunden-Chart blicken, dann sieht das doch so dieses klassisch korrektive Bild aus. Ich habe es breiter gezeichnet, als es ist. Also da sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus und ich kann mir vorstellen, dass das den breiten Markt auch durchaus halten kann aktuell. Aber das ist kein Versprechen jetzt für diesen Moment. Wir wissen, es stehen ja noch wichtige Zahlen auf dem Plan. Morgen alleine dann noch die Amazon-Aktie. Dann haben wir wenigstens mal ein paar ganz wichtige Titel dann schon mal durch. Mit Facebook und Apple und Microsoft und wen hatten wir noch? Alphabet gestern. Also da waren schon ein paar auf dem Plan. Amazon, wie gesagt, heute, Entschuldigung, morgen noch. Heute Abend ist es die Apple-Aktie, die noch dran ist. Also da sind noch Player im Markt, die ohne weiteres, alleine aufgrund ihrer Schwergewichtigkeit, den Markt in die eine oder andere Richtung leiten können. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Übergeordnet halte ich nach wie vor das übergeordnet bullische Bild für das sinnvollere. Ich sehe im Moment jetzt keine echte Dramatik, aber das kann sich alles noch mehr ändern. Ich würde allerdings immer noch nicht komplett aufgeben, den Gedanken, dass wir doch noch mal einmal unter diese Tiefmarke gehen. Beim Nasdaq wäre das in etwa die 13.700. Wundern würde mich das nicht. Und das würde dieses Bild auch nicht kaputt machen. Also auch wenn wir hier noch mal einmal runter kämen, sicher kann ich das natürlich nicht sagen, wäre das für mich noch nicht der Garaus, um anschließend die bullische Richtung noch mal zu fahren. Das ist das Wagnis, was wir heute Nachmittag haben. In diesem Moment, für all diejenigen, die ganz kurzfristig unterwegs sind, ist Short nicht die Option nach diesem Anstieg. Finde ich super, warte ich auf was Wackeliges und habe dann mindestens für die nächsten Stunden noch mal ein bisschen Spaß nach oben, wenn wir natürlich getriggert werden. Ob das nicht vielleicht noch einschläft vor der Fettentscheidung, das ist nicht unrealistisch. Es kann sein, dass sich da keiner mehr aus dem Fenster lehnt. Aber die Überlegung könnte ja auch sein, dass man vor der Fettentscheidung einfach das Ding fabriziert, der Trigger oben drüber, das wäre dann der nächste Startschuss in die andere Richtung. So, das mal so als Grobüberlegung. Also grundsätzlich immer noch bullische Ausrichtungen, da hat sich nichts dran geändert. Mit der Chance eben der Wackelei. Für die kurzfristigen ist klar, wie man das nutzen kann. Für die längerfristigen ist klar, dass man das entweder aussitzen können muss, denn das ist noch ein ganz typisches, ein ganz normales Bild. So ähnlich wie das, was wir hier haben. Also diese Geschichte einfach in der Fortsetzung noch mal. Entweder das aussitzen können, mit der Gefahr, dass er natürlich weiterfällt. Aber dann muss man hier dann irgendwann die Entscheidung fällen, die Position dann entsprechend zu schließen, wenn es dann zu weit runter geht. Zumindest mal überschneiden. Hier sollte er nicht mehr, also die 13.275 sollte da einigermaßen heilig sein. Nein, das würde nicht mehr passen, wenn wir die noch mal durchstoßen würden. Auch wenn ich glaube, dass es so weit wahrscheinlich nicht mehr geht. Aber das als Grobidee mal. Und wer ein bisschen aktiver ist, der schützt sich natürlich davor, wenn der Kurs jetzt mit der Dynamik nach unten weitermacht und wackelig nach oben, dann gegebenenfalls vorläufig die Position zu schließen und zu sagen, sortiert ihr euch mal und dann machen wir nachher wieder richtig weiter. So, in dem Sinne kann man eigentlich nur sagen, lasst uns auf die Termine gucken, auf die Veröffentlichungen, auf die Zahlen. Ein bisschen, was die Reaktion darauf ist. Ich als Charttechniker achte nicht so sehr auf die Zahl an sich oder die Zahlen an sich, sondern ich achte mehr, wie reagiert der Markt da drauf. Wer eher fundamentalistisch eingestellt ist, kann natürlich auch die Zahlen lesen und einschätzen. Aber wichtig ist, die werden jetzt hier als nächstes den nächsten Push geben. In welche Richtung, in welchem Ausmaß, wie stark. Das soll uns der Markt dann zeigen und dann dementsprechend ist dann die Möglichkeit, da wieder reinzugehen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.